Seit 20 Jahren stellen wir von der Kantensprung am Gundeldinger Quartier ein Wohnzimmer zur Verfügung. Ein Wohnzimmer, Werkstätte, Atelier, ein Ort der Begegnung. Am 2. November möchten wir viele Leute einladen, um die Idee weiterzuentwickeln und in der ganzen Schweiz zu verbreiten. Herzlich Willkommen. Seit 30 Jahren ist Vernetzung das grosse Wort von allen, die die Welt verbessern wollen. Aber wenn man die Welt anschaut oder die Schweiz, dann merkt man, dass der Weg eigentlich länger wird. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass Vernetzung für viele Leute einfach auch noch bedeutet, dass sie möglichst viel Energie für ihr eigenes Projekt abholen können und relativ wenig geben wollen. Wir vom Forum Neustart Schweiz wollen das ändern. Wir wollen Möglichkeiten schaffen, dass wir gemeinsame Aufgaben haben und gemeinsam lösen können. Und gleich sich selber bleiben. Sich selber treu bleiben, aber auch allen anderen unter einer gerechten, lebensfreudigeren Welt. Die Qualität der Begegnung ist in der Schweiz an vielen Orten so hoch. Und trotzdem fährt es für die Leute an Lebensqualität. Für jeden zwei, die Blödsinn, müssen sie ins Auto oder ins Tram steigen, um irgendwo herzufahren und irgendetwas zu erledigen. Wir von Neustart Schweiz sind der Meinung, dass wir die Lebensnotwendigen und auch die Sachen, die einem Leben mehr Qualität bringen, wie zum Beispiel ein Quartierladen, ein Kaffee oder eine Kita, sollten in wenigen Minuten zu Fuss erreichbar sein von zu Hause aus. Aber ganze Städte oder ganze Quartiere umorganisieren, das können wir nicht allein. Für das müssen wir uns zusammenschliessen. Und für das flucht es in Neustart. Ich bin im Team zuständig für die Organisation von dieser Tagung. Damit bin ich mitverantwortlich, dass alle Leute einen Platz haben, dass es genug gesessen hat und dass auch alle Zahlt haben, die kommen. Die Idee an diesem Forum gefällt mir darum speziell, weil es positiv im Fokus ist und mit diesem Anlass Initiativen, Menschen und Gruppen zusammengeführt werden. Es gibt bereits viele nachhaltige Initiativen, die in der Schweiz und die Schweiz zukunftsfrei zu gestalten. Wir beim Forum Neustart Schweiz wollen die Initiativen zusammenbringen, bündeln, stärken, um Nachhaltigkeit konkret zu machen, neu denken, wo nötig, z.B. neu erfinden, wo sinnvoll. Wenn ihr dabei seid, freut uns das, euch am 2. November im Basel zu begrüssen. Save the date. Am 2. November machen wir hier eine grosse Veranstaltung. Ein Neustart für die ganze Schweiz.